nachdem du aus direkt komischen dinge da das sind ja oft was ja und danach vielleicht fändigen upgrade ist das überhaupt in dem mod oder wie storage upgrade 1 storage upgrade 2 storage upgrade 3 in welchem mod ist denn das drin storage drawers hab ich seit einer drin ja ich tue es einfach so ohne name dann ist es seit 20 keine ahnung da geht's mehr egal deswegen 1 2 3 meine baumme obsidien ich krieg mir am besten obsidian alles abhört wo vollste emittiger wichtiges mal wer wo ist ein void void gibt es doch keine nachdem hat status status wo ja es denkt auch zwei obsidien fertig ja 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 kontroller hast du da schon mal geschaut was er kostet überhaupt kann machen doch kontroller darf ja auch als tun koperator der mann um dieses problem ist halt ihr wollt eigentlich in den haus nicht unser lager haben wenn ich nicht also müsste ich neues Haus bauen genau wenn es wäre der Anfang im Endeffekt von unserem Lager genau wir können ja das ein häuschen baut und wir können ja dann mit dem zug immer zb in einer kiste gewisse items vorrat lagern lassen wie möglich dann immer die items die wir wichtig brauchen immer hier transportiert ich geh mal schlafen die frage wird halt nur wo baumme obsidieren was war das jetzt ah ok ich habe vorrangig bräuchte mal vielleicht schon wie kann man da eigentlich machen dass man weiter schreiben kann dann steckt gar nicht dann ist gar nichts ich kümmere mich hier dann progressive automatisierung so diamanten haben wir da wir haben einen kontroller fahre TV Auto kostet Kupfer ich brauche mal die die Schraube relativ gut aus heißen Kupfer die Mann da haben Prozent was wir noch die Mannschaft Prozent Prozent 3 Stück du weißt was du machst von der Kultusseubertik Monitort Gökhan Prozent dann ist der pick up vermutlich ich habe ich gehabt du bist geflüchtet nachdem ich dann noch mal die Trim-Warm aufbauen wir brauchen Rf Bäume, alle Upgrades, ok es sieht ja irgendwie voll modern aus wir brauchen natürlich Setzling, wir brauchen Rf aber ne Rf wir brauchen wir mal kurz um unsere Farm Oak Sapling was hat mit auf den generator genommen ohne generator nur als von ende oder kann man nur kohle reintun also ist nicht gerade das beste das ist die wahrheit gewesen kohle er hat kohle in a rf tos er bräuchte er was wohl vielleicht auch holzreintun kann das aber das ist genau ob das sie nicht durch bis zum so eine neue Brötter oder Prozent Kürmer und ich im Allobes Essen und der Ballung mit Holz so wo war der Scheiß zu verletzten werden Pappel-Platt-Kick-Sommer es die ihn selbst wenn wir kommen zum anfeuern 6 vorgesagt kultiv er muss sehen das war ein Ström mal gucken was er noch braucht vielleicht macht er schon davon ist sagt er das irgendwo an vielleicht muss also platziert werden du hast irgendwas vorhin gesagt wegen dass er irgendwie bei kraften jetzt nicht manchmal vielleicht muss er auch da so vielleicht muss man selbst platzieren warum was war das jetzt mal jemand von mir ich schaue da einfach die worte ein können jetzt haben wir schon drei da unten was denn jetzt los ja wie viel brauchen wir denn du mal ein paar diamanten rein ja das problem ist da bleibt ja die anlage stehen aber wieso tut er das das war es halt auf welcher ebene er das gerne möchte ich möchte er ja auch die eben hat er gerade alleine ja gut und dann setzt man ihn komplett in die erde nur ein block runter sondern zwei und dann muss man irgendwo den generatoren einfach daneben dass der platz macht jetzt auch nix aus es ist der night was nicht rein in den survival generator ich glaube das muss ich eingeben keine ahnung auf alle fälle sind jetzt die ganzen weg die hat damit nicht getraut das muss ich das eingeben oder und sollte ein inventar sich öffnen und da kann es mich ja mal mit aus jetzt kann ich mich auch mit reinkommen die sind steinmäßig gesperrt aber schöne ruhe das geht nicht gerne ja der hat halt alles jetzt liegen jetzt weggeworfen der typ weil wir ihn abgebaut haben ja ich dachte die droppe da war anscheinend echt anscheinend hat er dann oder was falsch bekommen böser moder es gibt natürlich jetzt einfach möglich wir fällen einfach mal ein baum das erinnere mich da drüben an unser altes haus das war nie guter fahrer sind relativ oft gestorben da drüben mittlerweile haben wir eigentlich schon was ich weiß gar nicht in welcher folge wir eigentlich sind auf jeden fall nach folge zählen das heißt ja schon einiges nicht so der brennt das ja durch wie viel hat denn der generiert 15.000 und stick 5000 also wir müssen es schon kraft da ein lehrer mir das kann er mit Factor Manager Mark Bruder benutzen andere es gibt ja noch andere kräftigen Dinger Factor Manager glaube ich am einfachsten aber noch ein paar das schnellste ist aber nicht da hat er kein Strom keine Ahnung hat leer läuft denn das ist egal oder das ist egal oder was für den Putz 511 seit dem Café 511 da gibt es wieder kreis bringt er nicht zufrieden 3 für den elfgarten das wird was was aber auch schon der nächste die Sonnabend die Sonnabend Korinther ließ abhackst kriegst links raus das ist alles ein bisschen schon eine Wissenschaft für sich also wir brauchen darf und dafür brauchen hier ein Teil in der Schacht Krim aus der Enderperle mit einem Glaskrater und nein das Baum steht da vor mir das schöne Seite brauchst du einfach ab weil sind wir dann schnell schneller ja das wie gesagt nochmal kann die Anlage in den Ball laufen ich brauche jetzt mal Holz von Holz und Setzlinge ich hasse das ich auch muss man rausnehmen ich möchte mal das ist drin ja das kann sich an der Konfig einstellen auch er hat das Krasch dass sich einstellen er hat immer genug Energie damit er dort die Bäume pflanzen von Verheirsch das hat Kaffee so können wir hier eigentlich ist doch egal es ist nett wenn man Autodings nicht an hat funktioniert es auch nicht nein ich weiß nicht die kann ich mich nicht anfreunden diesen Auto Wechsel Dings Bombs Gedöns ja good morning morgen 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 ich habe mir zum Frühstück ein Reisbrot rein in die Birne was hat der für Probleme ich habe wahrscheinlich auch nicht gerade viel Strom er hat es aber gerade nicht in die Kiste geschmissen kann es sein dass er vielleicht nur die Hälfte der Kiste erkennt dann sein alles runter so wir wollten unser lager irgendwo bauen ja zumindest damit anfangen deswegen habe ich ja mal holz organisiert so gehen wir mal oben auf unsere dacht Krasse wir haben auch ja 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 schon also da drüben haben wir eine Insel da oben haben wir eine Insel die sind glaube ich 2 die Hälfte da drüben über den Baumkorn wir lassen wir das was wir eh nicht erreicht beim Flakern bei mir die Bäume voll da drüben ok in der Saison ohne Faust gespielt dann wie es ist kann ich nicht beurteilt die Flakern nur ich habe alles in der Ferne ne nur die Bäume ja alles lauber ja schon keine Rolle sind